Moin Lotte, herzlich willkommen zu einer Runde von Slither.io. Dieses Spiel habe ich zum ersten Mal im Jahre 2016 gespielt. Das war, glaube ich, auch das letzte Mal. Allerdings hat mich Manuel vor einem Tag gefragt, Jo, warum wir mal zusammen eine Runde spielen? Und dann dachte ich, okay. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir jetzt dachte, ich nehme, oh, da vorne ist was. Oh, lecker Spaß. Oh, nee, 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 ich habe ein bisschen Angst. Ich fahre immer durch. Und let's go. Für die Leute, die das Spiel vielleicht nicht kennen, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren, weil da plötzlich so viel lecker Schmecker war. Auf jeden Fall, wir sind eine Schlange. Und wir müssen diese Dinger hier aufsammeln, damit wir eine noch fettere Schlange werden. Wir haben aktuell, haben wir eine Länge von 378. Ach so, ja, man hat hier auch so einen Turbo-Boost. Ich möchte auch sagen, ich bin nicht so gut in Slither.io. Habt da bitte ein bisschen Nachsicht mit mir. Und vor allen Dingen schreibt mir gerne Tipps und Tricks in die Kommentare, was ich vielleicht ein bisschen besser machen könnte. Das Problem ist, ich möchte euch ja auch ein bisschen Action zeigen. Aber immer, wenn ich probiere, Action zu machen, dann frisst mich eine andere Schlage. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich muss vielleicht öfter diesen Turbo-Boost. Aber wenn man den Turbo-Boost aktiviert, dann verliert man halt auch Länge. Und ich möchte ja... Oh, 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 da ist... Oh, Alter, ich glaube, hier ist Action. Man kann auch so andere Leute umkreisen. Der hat den umkreist. Der eine wird es nicht mehr schaffen. Seht ihr das? Das ist der Anaconda-Griff der Zerstörung. Oh, nein, er ist da jetzt gefangen. Man kann ihm dabei zusehen, wie er gleich draufgehen wird. Nein! Ja, jetzt hat er andere. So, ich gehe aber mal weg, weil ich glaube, der ist gut. Weil der könnte wahrscheinlich dann mich auch gleich fertig machen. Guck mal, wir sind jetzt schon 82 da. Beste Punktzahl des heutigen Tages, merken wir uns. Es wird hoffentlich noch besser. Ich werde jetzt mal probieren, jemanden zu essen. Falls das in die Hose geht, tut es mir leid. Wenn ihr Lust auf mehr habt, könnt ihr sehr, sehr gerne ein Like da lassen. Dich fress ich! Ja, nein! Wartet, ich muss den Kreis ziehen. Ich schaff's nicht! Ich schaff's nicht! Ja, ich hab ihn! Ja! Oh, habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht. Doch, guck mal, jetzt sind wir 700 groß. Das hat sich schon gelohnt. Oh, what? Den machen... Nein! Ich war zu gierig! Das ist halt das Problem. Für den Anfang war es jetzt vielleicht nicht gut, aber ich habe alles gegeben. Nächste Runde. So, jetzt können wir uns merken, 805 war bis dato unsere Bestpunktzahl. Puh, Alter, da ist die Schweiz. Grüße gehen raus an euch. Irgendwann möchte ich bei euch nochmal Skifahren gehen. Warte mal, ich kann doch jetzt Full Yolo gehen. Zum Beispiel den. Und ich versuch gleich eine Attacke. Ja, und jetzt! Nee, nee, jetzt! Nee, okay, ich bin tot. Puh, pf! Ja, aber man muss auch riskieren, um zu gewinnen. Also, erstes Ziel ist vielleicht mal, auf 1000 Punkte zu kommen und dann mal da oben in diese Top-Dinger. Aber wir schauen erst mal. Da, 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 da. Ja, hier ein bisschen... Ich nasche ein bisschen. Ja, der ist mir ein bisschen zu gefährlich. Oh, oh! Nein, Argentinien! Oh! Let's go, Alter! Ich hätte beinahe Argentinien zerfetzt. Oh, war die! Okay, kein Problem. Da bin ich wieder. Es geht auch darum, nicht aufzugehen. Oh, Alter, der ist groß. Wenn ich es schaffe, den fertig zu machen, dann kann ich so schnappeln... Nein! Oh, oh, oh! Oh, den habe ich schön weggemacht. Der war zu gierig. Jawohl! Wir sind wieder da. Wir sind back am Start. Man, wir nehmen mal einen Gang raus. Obwohl der hier... Nee, 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 nee. Zu gefährlich, zu gefährlich. Der weiß, wie man spielt. Wir werden jetzt mal nicht zu hart pushen. Oh, da ist jemand explodet, glaube ich. Hier gibt es... Oh, da ist noch einer weg. Hier werden wir nur mal ein bisschen... Wir haben hier ein bisschen geschlemmt. Sind jetzt nämlich schon auf 600. Oh! Oh! Nein, 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 nein. Du mit deinen komischen... Nee, 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 nee. Was macht... Was hat der denn da gerade probiert? Der wollte mich schön hier einölen. Nee, 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 nee. So einfach mache ich euch das dann nun auch nicht. Okay, komm, die 1000 wäre schon nicht schlecht. Wir sind jetzt schon bei 900. Aber wir bräuchten 6... Alter, 6000. Ich bin froh, wenn ich gleich mal 1000 habe. Nee, guck mal, was willst du denn jetzt? Nein, Mann, was ist denn bei dir falsch? Nee, und der andere soll auch mal weggehen. Nein, hör auf! Sag mal. Ja, guck mal, gleich hast du nicht genügend. So, tschüss. So, auch mal ein bisschen passiver spielen. Der soll, wenn er gerne mucken will... Ja, mach doch. Wow. Das ist ein richtiger Frechdachs, Alter. Okay, was macht der hier? Was sind seine Tricks? Alter, der heißt Moinsen. Nee, 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 nee. Der wollte mich nämlich auch wieder umkreisen. Der hat aber so viele Köttels da gelassen, Alter. Die fresse ich alle. So, wir haben sogar jetzt 1150. Der eine oder andere wird mich jetzt auslachen. Oh ja, lecker Schmecker. Das sind aber schön meine Points. 1700. Das ist doch jetzt gut. Ich glaube, Top 10 können wir uns erstmal fürs Erste abschminken. Aber wir brauchen ja auch noch Ziele. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen von Slyther... Oh Gott, ist der IO. Dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Alter, jetzt haben wir über 2000 Punkte. Wir sind einige. Also, man muss sagen, es ist immer wie so ein Hai. Irgendwo ist so ein dicker Hai und dann sind da die ganzen... Keine Ahnung, Leaches. Wir ernähren uns langsam. Wir sind jetzt kein übertriebenes Risiko eingegangen. Das muss ja auch mal sein. Da vorne sind auf jeden Fall wieder die Big Player. Das sieht ein bisschen so aus, als wäre das meine Mama. Weil die ist auch orange. Der hat den. What? Nee, ich dachte schon. Aber hier gibt es kaum Bewegung. Also, hier sind auf jeden Fall die ganzen Big Baller. Wir sind mit 2300. Sind wir so mitteldick. Aber die haben halt schon wirklich einen extrem langen Schwanz. Also, so einen Körper. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Der will auch... Der geht mir hier zu hart ran. Oh, oh. Ich könnte... Oh Gott, da gibt es... Nein, der hat den... Ach, Mann. Oh, hier könnten wir vielleicht noch was snacken. Oh ja. Bam, auf 2500. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Boah, ich bin gerade ein bisschen nervös, weil ich... Ich will euch natürlich auch nicht enttäuschen. Ich möchte auch hier eine... Eine gute Folge auch machen. Oh, der muss sich da jetzt aber raus navigieren. Gott, Alter. Sorry. Naja, ich dachte... Ich dachte, ich kriege den da vielleicht. Alter, wir haben fast 3000. Er reicht aber auch nicht. Für die Top-Ränge. Oh, wen hat er denn da weggemacht? Alter. Der war dick. Müssen hier aber aufpassen, dass wir nicht selber zum Opfer werden. Ja, ja, ja. Ich würde mir ja wünschen, dass ich jetzt hier gleich mal einen Glückstreffer lande, wo so eine dicke Wurst auch mal einfach geplatzt ist. Wo ich einfach in Ruhe was snacken kann. Oh, jetzt... Die wollen jetzt alle Beef. Der will mir den Weg abschneiden. Und ich habe ihn. Let's go. Was willst du? Ohne Witz. Bam, jetzt habe ich dich schön weggefressen. Weil der wollte richtig Beef. Bam, 3700. 3700. Huch. Ei, ei, ei. Da dachte ich schon so ein bisschen, das ist jetzt mein Ende. Also ein Fehler und du bist hier echt direkt weggeballert. So, schön weggesnackt. Nein! Oh, komm. Da habe ich gechokt. 3941. Oh, das kann immer so schnell vorbei sein. Das ist auch immer so krass, weil du bist dann einfach wieder eine kleine dünne Wurst. Und du musst jetzt hier hoffen, dass... Oh ja. Komm, wir gehen jetzt direkt. Wir können ja mal ein, zwei YOLO-Runden machen, wo wir wirklich einfach mal komplett probieren. Uh, das war... Hätte fast geklappt mit ein bisschen YOLO. Oh ja. Lecker Schmecker. Ja. Let's go, Alter. Das habe ich doch gerade gar nicht so schlecht gemacht. Oh ja, guck mal, Alter. Schon direkt auf 700. Zack, den nächsten. Jawoll. Alter. So. Ja, gut. Der macht das ganz routiniert. Uh. Okay, krass. Auf einmal schon wieder 1300. Also, das ging jetzt doch... Das war schneller, als ich dachte. Aber ich habe halt gesagt, ich will jetzt ein bisschen YOLO-Runden machen. Und dazu muss man eben auch mal ein bisschen was riskieren. Und dann geht man halt ein bisschen öfter drauf. Aber hey, man hat halt auch die Chance, schön jemanden wegzuflexen. So. Hallo, Bert. Was? Was? Ich ver... Hä? Junge, ich hatte den doch. Hi. Oh, ja, das ist meins. Schickidigi-Doo, Alter. Schickidigi. Ah, okay. Der weiß, wie man spielt. Ja, ja, okay. Man muss es probieren, wenn sie nicht... Wenn sie nicht da am Rechnen. Oh, ja. Oh, Romero. Oh, Romero. Blup. Oh, let's go. Snaggit-Ohr. Den muss ich mir holen. Ich brauche den Rest von ihm. Meins, 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 mein Schatz. Ja. Dich fress ich auch noch. Dich fress ich auch noch. Komm her zum Paletto. Uff. Ja, aber der ist jetzt in Alarmbereitschaft. Oh, hier ist ein Digga. Oh, Alter. Oh, let's go. Fressi, fressi, fressi. Fressi, fressi, fressi. Noch mehr Fressi. Let's go. Junge, zack, 3000. Das ist halt das, was ich meine. Das war ja mega sick. Jetzt sind wir einfach ein Big Player mit 3500. Und hier gibt es sogar noch mehr. Alter, nice one. Wir sind fast wieder auf unserer alten Größe. Ja, das lasse ich mir doch mal schmecken. So, was willst du jetzt? Du, let's pumpen. So, dann gehen wir doch mal nach oben zur Big Party. Ja. Okay, der ist aufmerksam. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Alter, das war ja mega knapp. Man muss die Leute schon so ein bisschen... Oh, hier sind wieder zu viele kleine. Ich muss hier einmal nach vorne. Jaja, Gott sei Dank. Okay, hier ist ein Digga. Da ist ein Grüner. Dann nehmen wir mal ein bisschen. Dann haben wir auch 3900 schon am Start. Okay, ich würde jetzt aber gerne nochmal... Eigentlich... Oh Gott. Ah, nee, der ist da nochmal rausgekommen. Oh, war das knapp bei dem. Oh, ich muss jetzt auch in mir selbst einmal fahren. Nein. Nee, 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 nee. Ich komme hier, glaube ich, raus. Nein. Doch, ich komme hier raus. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich glaube, ich bin wieder frei. Oh, hier ist doch... Alter, der ist geplatzt. Mist, da komme ich nicht schnell genug dran. Hier nochmal unten ein bisschen. Ja, sehr sahnig. Sehr, sehr sahnig. Wir sind in der Liste. Wir sind Platz 9. Als ob... Ja, weil wir alle plötzlich so scheiße sind. Jawohl, Alter. Den habe ich sogar gemacht. Bam, 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 bam. Ich habe 5800. Uh, das ist nicht... Oh, jetzt auch noch den. Ich bin... Achter Platz. Geiles Ding. Als ob... Boah, Alter. Wir sind jetzt auch einer von den Krassen. So, wo alle denken, wow, ist der fett. Aber ich frage mich, wo die anderen Fettis sind. Weil es sind tatsächlich nur noch sechs Leute. Oh, da oben ist was. Oh, und der... Ich weiß nicht, ob der vor mir ist. Oder ob ich sogar noch dicker bin als er. Ich müsste... Oh, nein. Nein, 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 nein. Boah, wir wollen das rennen. Beide wollen es. Den hätte es beinah zerrissen. Und ihn hat es zerrissen. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Da gönne ich mir. Das sind meine Leckereien. So, hier werde ich nämlich jetzt schön alles wegsnacken. Hier ist auch noch was. Weil hier drin... Oh ja. Oh ja. Ja, guckt euch das an. Krass, wir sind sechster Platz. Also dafür, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe. Gut, außer das eine Mal mit Menü. Bin ich jetzt gerade sehr happy. Also die wollen auf jeden Fall... Oh, da oben ist noch einer. Ja, bam. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen was riskieren. Wollte ich gerade sagen. Oh ja, da oben ist einer. Oh oh. Vorsichtig. Ich darf mich jetzt nicht einkreisen lassen. Da oben ist auf jeden Fall einer von den Dingen. Der fährt die ganze Zeit nur... Ah, der hat einen umkreist. Mist, die sind... Oh, nein, 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 nein. Nicht gierig werden. Lasst die da ruhig snacken. Ist in Ordnung. Drehen. Boah, ich wäre beinahe an diesem kleinen draufgegangen. Als ob er es explodet. Nein! 12.000 Punkte. Egal, Leute. Das war es mit einer kleinen Runde von Slither.io. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut gerne in die Videobeschreibungen für Mini-Paluten und vieles mehr. Gibt es auf paluten.shop. Schaut auch gerne hier zum Team Paluten Kanal. Weitere Videos, alles am Start. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.